Reutlingen im Bild ist das Thema einer neuen Ausstellung, die im kommenden Jahr im Heimatmuseum Reutlingen zu sehen sein soll. Das Besondere dabei, die Bilder stammen nicht von namhaften Künstlern, sondern von den Reutlingern selbst. Bis zum 20. Februar kann jede Bürger und jede Bürgerin ein Smartphone-Foto einsenden, auf dem sein oder ihr Lebensfeld zu sehen ist, was ihm oder ihr wichtig ist, was er oder sie mit Reutlingen verbindet. Eine Jury wählt aus allen eingereichten Fotos etwa 200 aus, die dann ausgedruckt und in der Ausstellung Dein Blick, Deine Stadt, Reutlingen mit dem Smartphone im Heimatmuseum vom 24. März bis zum 3. Juni 2018 gezeigt werden. Die Teilnahmebedingungen und weitere Informationen gibt es im Internet unter www.reutlingen.de.